Ich frage mich schon, wie Menschen dazu kommen, eine Partei zu wählen mit einem Namen, die wir andererseits am Kap, im Hort von Afrika, mit Waffengewalt bekämpfen. Man kann das spaßig finden, ich finde das nicht spaßig. Die nächste Gruppierung, die sich neu bildet, heißt dann Terroristen vielleicht. Wolfgang Kubicki nimmt kein Blatt vor den Mund und nutzt jede Gelegenheit.